Musik Boah, das heißt hier. Hier knacken wir die härtesten chemischen Abfälle bei über 1000 Grad. Kommst du bitte meine Messwarte? Ja, okay. Hi Rainer. Hallo Vanessa. Kannst du dich mal um die Brennerversorgung ein wenig kümmern? Dann kann ich mich um die Rücktransporte der Kessel kümmern. Soweit ist alles in Ordnung. Müsste so weiterlaufen. Wenn die Temperatur etwas runtergehen sollte, dann musst du mal auf die Heizwerte gucken. Dann muss der Kranfahrer halt noch etwas aufmeißen. Okay, gut, mach ich. Vanessa, kannst du noch ein bisschen Heizwett aufgeben, bitte? Ja, ist in Ordnung. Musik 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 Ich finde an meiner Ausbildung gut, dass ich viele Tätigkeiten selbstständig erledigen darf, mich viel einbringen kann und das durch meine Ausbildung gelernt habe.